Mein Name ist Amelie Tobin, ich bin Songwriterin, Sängerin und Gitarristin aus Wien und ich komme am 25. Februar erstmals mit meiner Musik ins Waldviertel und zwar in den Eagle Folk Club Weidhofen. Hallo, grüß euch, mein Name ist Barbara Wiesinger und ich darf am 25. Februar im Eagle spielen. Ich bin Somerset Barnard und ich komme euch aus Australien, aus Geelong, aber ich werde wieder in Austria am 25. Februar spielen und ich freue mich, euch alle da sehen. Danke, tschüss. An dem Abend sind auch ein paar sehr tolle andere Acts dabei, darum freue ich mich ganz besonders. Bis dahin. Hi, this is Ian Fischer. I'm going to be playing in the Waldviertel on February 25th with some friends and we're going to share the stage, share some songs and some stories. I look forward to seeing you. Ciao. Irgendwie spielen wir alle allein, aber eigentlich spielen wir auch miteinander. Es wird, glaube ich, ziemlich spannend und ziemlich ein schöner Abend, wenn man sich da drauf einlasst und wenn man kommt vor allem. Das liegt jetzt in eigener Hand. In the Eagle Folk Club. Fortunately, that's where I will be on February 25th, my friends. I'll be there with Ian Fischer and all of his cool guy and girlfriends playing some songs, telling some stories with a singer, songwriter night. February 25th. Hope you'll be able to join us. See you there. ovf. O' Woo 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 Untertitelung des ZDF, 2020